Wie gesagt, er ist der erste Teil, Jakobi macht sich gut, denn er ist jetzt auf der dritten Position und macht Jagd auf die 15 auf, stimmt was. Der Hände ist zwei Sekunden schneller als Ecke rollt vor ihm, wenn er das halt so weiter zieht, dann sollte er hier zu mir.